Hallo, hier habe ich was entdeckt in den Felsen in Peru. Was kann das sein? Sieht sehr merkwürdig aus, was ich da entdeckt habe, mitten in den Bergen von Peru. Darunter ist noch etwas Längliches, ich gehe mal zurück, dann könnt ihr sehen, dass er sehr weit oben ist, zwischen irgendwelchen Felsen und das da ist sehr merkwürdig hier. Dann habe ich hier auch noch so hell leuchtende Lichter gesehen, da zeige ich jetzt mal Lichter zu. Da ist eins, dann da unten, dann hier an dieser Stelle unter dem Objekt ist auch noch mal eine helle Kugel, leuchtende Kugel. Das sieht so aus wie so eine Lichtkugel, die da unten ist. Dieses hier. Genau oben drüber ist das Objekt. Ob das ein großes Raumschiff sein könnte. Das wollte ich euch mal zeigen. Das wollte ich euch mal zeigen. Ja. Ja.